So, moin Leute und willkommen zum neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute mache ich ein Wer bin ich mit unserem Coach, dem ATN Arvindir, den Danusch. Hallo. Was hast du vorhin gesagt? Du wirst mich 3-0 in 10 Minuten holen. 3-0. Also das, was ich bis jetzt gesehen habe, war ich mega schlecht. Wow, wow, okay, okay. Wir werden das so machen, ich werde auf dem Screen einen Countdown machen, immer so 3 Sekunden. Und dann werde ich 2 Sekunden den Champion zeigen, damit ihr auch mitraten könnt. Wenn ihr es nicht sehen wollt, dann schaut ihr weg oder keine Ahnung. Und dann ist er weg und dann könnt ihr mitraten. Genau, wir werden 3 Runden spielen, I guess. 3 schnelle Runden. 3 schnelle Runden, aha, okay. Gut, dann fangen wir an. Das Ding. Kann ich fangen. Ist dein Champion ein Melee Champion? Ja. Ist dein Champion männlich? Nein. Ist dein Champion männlich? Ähm, ja. Ist dein Champion ein Mensch? Ähm, ja. Ist dein Champion ranged? Nein. Ähm. Der Champion ist nicht männlich. Genau. Ähm. Und der Champion ist Melee. Ähm. Ist dein Champion weiblich? Ja. Ist dein Champion ein Jungler? Ja. Ist dein Champion Rexel? Nein. Scheiße. Scheiße. Sag, ich hätte bei Rexel 100% gesagt, dass sie männlich ist. Ja, du würdest getraut sein. Ja, stimmt schon. Ähm. Okay, also. Melee, männlich, Mensch. Genau. Ähm. Ich bin ein AD Champion, nehm ich mal. Ja. Wenn du bist AD Champion. Ähm. Bin ich ein Bruiser? Also Top-Lainer? Oder Jungler? Ja. Also so die Richtung. Okay. Hauptsächlich aber Jungler. Ja. Ja. Wow. Unfair. What the fuck? Wait. Männlich. Mädel. War ich irgendwann mal richtig in der Meter? Ja. Aber ich bin gerade nicht in der Meter. Ja. What? What the fuck? Ah. Ich habe voll jemanden im Kopf, aber ich bin nicht einfach raten. Warte. Bin ich, äh, von Demacia? Gibt es denn? Ich weiß es nicht. Oder weiß man es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Also Biggi kann sein. Ich weiß es nicht. Ich kenn mich mit Geschichten in LOL nicht aus. Aber, ich hatte halt Javan im Kopf und der ist halt Demacia. Wow. Was? Was hast du jetzt gewusst? What? Das ist unfair. Wait. Was? Oha. Du kannst? Ja, okay. Ähm. Ah, what the fuck? Ich fahre mal Meter. Kein Plan. Wurde ich letztens gechanged? Irgendwie? Nee. Nee. So, ich bin ein Nahkämpfer weiblich. Bin ich ein Toplaner? Du hast doch schon gefragt, ob du ein Jungler bist und das warst du. Achso, ich war ein Jungler? Scheiße, ich troll. Okay, okay. Das zählt jetzt nicht. Das hat niemand gehört. Ähm. Ich bin ein weiblicher Jungler. Und Kragas, der jetzt Meta ist? Oder ist Kragas nicht Meta? Keine Ahnung. Also es ist aber nicht Kragas? Nee. Nee. Jesus Christ. Und Aatrox ist das auch nicht. Du bist richtig bad. What? Soll ich sagen? Ah, yes I guess. Olaf. Oder? Nee, nee, Wurde nicht. Nee. Nur One of Stone halt. Ja, ja. Okay, hab an. Bist du männlich? Nein. Ups. Ähm, bist du männlich? Ja. Äh. Bist du ranged? Ja. Bist du... Spielt man dich auf der Botlane? Ja. Hm. Hast du einen CC-Spell? Ja. Ist der Hard CC? Ja. Ist es ein Edicary? Du bist smurfing. Ja. Ähm, ist der Edicary eine Meta? Nein. Nein? Shit, okay. Ähm, also du bist weiblich. Mhm. Du bist Mili? Behofft ich jetzt mal. Nein. Läuft nicht so. Äh, warte, was warst du Geschlecht? Männlich. Männlich. Hard CC. Edicary. Und du bist nicht jene Meta? Hm. Du bist nicht jene Meta? Hör mal, ne? Es ist... Urgurt? Es ist ein scheiß Champ. Urgurt? Es ist ein scheiß Champ. Bist du Urgurt? Nein. Fuck. Ah, damn it. I misplayed, I think. Aber egal. Ähm, weiblich. Und range. Genau. Ähm, bin ich 80? Was? Mach ich normalen, physischen Schaden? Nein. Ah. Du trollst, Alter. Und du bist so bad. Ich frag die 50-50 Fragen. Du bist so bad. Oh my god. Ein weiblicher Range Champ, der AD Damage macht. Ja. So viel more likely, dass der AD Damage macht. Wieso? Die ganzen AD, es gibt mehr weibliche AD Carries. Ach so stimmt, AD Carries. Ah, echt toll. Also männlicher AD Carries mit einem HTC Spell. Ist der HTC Spell auf der Ult? Ja. Äh, ist der Cem Bar... Nein, war es? Fuck. Der ist... Ah, es ist... Fuck. Nicht Meta? HTC auf Ult? Ah, es... Ah, ich fucked ab, er gestern. Scheiße. Ähm. Also, ich bin ein Midlaner. Ähm. Ja. Und ich... Und ich bin gerade nicht in der Meta. Das fragt jeder Midlaner in der Meta. Das hab ich mir auch gedacht. Man kann wirklich jeden Midlaner spielen. Also den kann man auf alle Fälle spielen. Nein, dann bist du. Ich meine, ich würde ja sagen. Nee, ich hab gesagt, der ist nicht in der Meta. LOL, du träumst. Oh mein Gott. Ähm. Ein männlicher AD Carries, der Ult, der seinen CC Spell auf der Ulti hat. Ähm. Und der nicht in der Meta ist. Sag lieber... Also nicht AD Carries, sondern Marksman. Marksman. Ja, also... Ah, es ist einfach... Du hast getrollt oder was? Ja, weiß ich nicht. Hä? Ein Marksman? Warte, der seinen CC Spell auf der Ulti hat. Und den spielt man Botland. Auch. Ja. Also, das ist eigentlich obvious. Warte mal. Ein AD... Warte, ein Marksman, den man auch auf einer anderen Land spielen kann. Hä? Und der einen CC Spell auf der Ulti hat. What? Wait, what? Gibt es so einen Champ? Trottich? Kann man den in... Ähm... Kann man den in den Mitteln spielen? Ja. Ja. Was? Was? Wait, 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 ich muss nachdenken. Ah. Hä? Ein männlicher... Marksman, der hat er sonst noch CC? Ja. Ist der CC ein Slow? Nein. Fuck, okay. Ähm... Ich weiß gar nicht, wie man meinen Mitglieder klassifizieren kann. Ich bin kein Assassin. Nee. Und... Ich benutze Mana. Ja. Ich weiß gar nicht, wie du keine... Keine Ahnung ist. Hab ich... Fall ich in so eine Kategorie... Nee. Man kann mich zur Zeit nicht blindpicken, oder? In competitive. Ähm... Bin ich mir nicht sicher, aber ich glaube nicht. Ich bin mir nicht sicher. Das ist eine doofe Frage. Ja, das ist eine doofe Frage. Ah, ich... Wie kann man die denn klassifizieren? Bin ich blond? Nein! What? Keine Ahnung. What? Du fragst. Du hast doch nicht mehr gefragt, was ich überhaupt bin, so. Du treust. Ich hab dir übelnden Tipp gegeben, Mann, Alter. Äh, jetzt... Äh... Ja, ich weiß nicht, was das ist. Jetzt musst du's fertig machen. Du weißt, du weißt, wer ich bin? Yes. Du treust? What? Scheiße! Du bist nicht A-Di-Carry mit einem C-C-S-B-A-H-Ulti. Und noch ein C-C-S-B. Max, du hast doch richtig komisch geredet. Wie mir, als ob man den nicht auf A-Di-Carry spielt. Also muss es irgendetwas Kindred sein, oder so. Hä? War das ein männlicher A-Di-Carry? Also, Max, mein S-Ranged. Ja. Männlich, ranged. Ulti ist ein CC-Spell. H-CC ist ein Stun. Ja. Ähm... Hä? Trollich? Ich würde das wohl... Der nicht in der Meter ist. Ist er sicher nicht in der Meter? War... War er... War er schon mal in der Meter? Ja... Ja. Also, der Champion war in der Meter, ja. Hm. Wurde der Champion mal reworked? Nein. F**k. Waaat? Ah, du bist Olivia. Ja. Ja, ja. Waaat? Ah, scheiße. Ich hab halt hart gekrollt. Was bin ich? Kennen. Kennen? Du trollst mich! Naja... Du trollst mich! Oh mein Gott, du trollst! Waaat? Nein, ich hab's auch nicht richtig hin. Du trollst komplett. Du sagst doch, ob man den in der Mitte entspielen kann. Ja, aber das ist... Ja, das kann man auch. Ja. Ich fang an. Ähm... Bist du männlich? Ja. Bist du... Mili? Also Nahtkämpfer? Nein. Nein? Nein. Nein? Nein! What? Bist du weiblich? Äh, nein. Los. Ähm... Bist du Ferienkämpfer? Ja. Ähm... Bist du... Ähm... Ähm... Ist ein Champion... Ein Champion, den man in der Backline spielt? In dem Teamfach? Nein. Nicht? What? Okay. Insane. Du bist männlich. Bist du menschlich? Ne. Was? Bist du menschlich? Nein. Ähm... Champion... Ein... Ähm... Warte, Dennis Ranged. Ähm... Kann man ja auf der Topline spielen? Nein. Ich vielleicht schon, du nicht. Okay. Äh... Nichtmenschlich-männlich. Mach ich physischen Sparten. Nein. Nein. Ich spiele Anivia. An Anivia. Das ist nicht für mich. Ähm... Spielt man mich auf der Botline? Nein. Okay. What the fuck? Vielleicht hab ich wieder getrollt. Ah, du nicht. Ähm... Ähm... Ich mach magischen Schaden. Bin nichtmenschlich und männlich. Bin ich ranged? Ne. Du warst komplett. Ich spiele deinen Champion in Jungle. Ja. Ist sein... Also dein Champion ist ranged. Ähm... Hm... Hat dein Champion einen Heal? Nein. Okay. Bist du dir sicher? Ja. Okay. Ich spiele nicht grad welcher ranged jungle ein Heal hat. Okay, also ich bin... Melee. Ich mach AP Damage. Bin nichtmenschlich. Genau. Und männlich. Genau. What? Äh... Ich spiele mich auf der Botlane. Ne. Ähm... Warte. Ein ranged jungler. Ja. Und der hat kein Heal. Ja. Wurde er denn scheinbar rework? Nein. What? Ich glaub... Vielleicht trollig wieder. I don't know. Ich kenn mich nicht so aus mit dem Spiel. Was? Er ist mein Coach und kennst dich aus. What? Du träumst. Ähm... Dann bin ich ein Toplaner? Bitte sag einfach ja. Ähm... Oder man kann mich auf der Toplane spielen. Ja gut. Kann man schon. Ja. Kann man auf alles hin. Aber... Eher... Eher... Im Jungle? Ja. Eher im Jungle. Wait. Ich war männlich, ne? Ja. Ja. Kein Mensch. Ja, ja eben. Habe ich ein Reittier? Nein. Ähm... Hackroom oder was? Ähm... Ähm... Fuck. Ein Rain... Warte mal. Du träumst, oder? Ich weiß es nicht genau. Vielleicht. Kann man deinen Champ auch irgendwo anders als im Jungle spielen? Ah... nein. Nein? Nein. What? Okay. Hä? Ein Range Champion, den man im Jungle... Nur im Jungle spielen kann. Männlich. Den man in der Frontline spielt. Kann ich sowas fragen, wie bin ich nicht? Der? Ne, ne. Ne, darf man nicht. Das wäre der Zukunft. Nö. Ähm... Habe ich ein... Hartz-Zissi-Spill? Ja. Ist der auf der Ult? Auch. Ein CC-Monster. What? Kein Dunst. Ah doch. Ähm... Ich bin Zack. Ja, bist du. Scheiße! Mann, du trollst mich! Hä? Ich weiß nicht. Kannst du sagen, Thrash-Autotecks sind Melee? Oder Ranged? Warte mal! Nein, das ist nicht Thrash. Oh! Natürlich ist es nicht Thrash. Oh! Oh! Aber es ist der einzige... Oh! Ich habe ihn schon gehört. Er ist Ranged. Okay. Ich weiß es nicht, aber ich glaube es ist Ranged. Hä? Ein Ranged... Warte mal. Ein Ranged-Gender. Spielen wir den Tank? Yes. Hä? What? Ein Ranged-Gender. Den man einen Tank spielt. Der männlich ist. Ja. Ist das ein Mensch? Nein. Nein. Aber du kopfst nicht drauf, weil du mit Ranged in der komplett falschen Schublade bist, glaube ich. Ivan? Ja. What? Ich weiß nicht, ist das Ranged? Hä? Der ist doch auch Melee! Ich weiß es nicht! Und du trollst mich! Du trollst mich! Du trollst mich! Hä, das ist ein Melee-Champ! Really? Ja! Ivan ist Melee! Der wird nur... Ja, ich weiß. Wenn er ein bisschen steht, dann ist Ranged größer. Ja, das ist seine W. Ja, das ist seine W. Nee, klar! Du trollst! I guess we do again? Nee, nee. Ist auch ein Melee-Champ eigentlich. Ist eigentlich beides. Naja, nee. Doch, doch. Zum Beispiel DJs ist auch beides so. Ist halt Formbacks so. Niemlich ist auch beides. Ja, aber es ist was anderes. Na, ist fein, ist fein. Hast schon gewonnen. Hast schon gewonnen. Hast schon gewonnen, Danusch. Er waren zwar keine drei kleine Runden. Er war auf alle Fälle knapp. Eigentlich hab ich ziemlich scheiße gemacht. Du hast richtig geintet eigentlich. Ja, ja. Wenn du nicht scheiße genommen hättest, wär ich nie auf Anivia gekommen. Du trollst komplett, Alter. Ich krieg dir so krassen Tipps auf Anivia und du nimmst so Kennen AD Carry. Weißt du? Du trollst dich komplett eigentlich. Na gut. Aber ich geb mich sparen. Ich geb mich auf alle Fälle gesparen. Ja, wenn es jetzt mehr Pokal. Go FF. Minus 20 LP. Das bringt mich. Los. Los. Minus 25 eigentlich. Wenn Hidden in the Battle so wie bei mir zu sein. Hartstack. Hartstack 600 LP. Hartstack Go 2. Na gut. Dann war's das. Ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Like da. Schreibt einen Kommentar. Und schaut auf alle Fälle heute um 19 Uhr spielen wir ESL Meisterschaft. Ja. Auf alle Fälle mal auschecken. Link ist in der Beschreibung übrigens. Gut. Danke an dich. Und wir sehen uns. Tschüss. Adios.